Heute sprechen wir darüber, wie du schnell viel Stoff nachholen kannst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und was echt immer mies ist, wenn mich Nachrichten erreichen, wo Leute sagen, Leo, ich war jetzt krank, der Lehrer ist ausgefallen, ich muss mega viel Stoff nachholen, ist sowieso schon allzu stressig und genau dafür möchte ich euch heute mit meinen besten 5 Tipps Hilfe leisten. Erstens, konkret herunterbrechen. Was meine ich damit? Wenn man irgendwie länger krank war und dann zurück in die Schule kommt und die Leute schicken einem Präsentationen und Heftenträgen und alles zunächst, shit. Alter, ich komme hier nie wieder zurück. Und du hast das Gefühl, dass es viel zu viel ist und fängst deswegen ja gar nicht erst an. Deswegen schreib dir wirklich einfach mal auf, okay, was sind all die Dinge, die ich nachholen muss. Und schreib natürlich alles auf, wo du noch denkst, kommt auch gleich dazu, was du nachholen musst. Dass du wirklich einfach mal so eine Liste hast, zum Beispiel, okay, das, 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 das. Das ist dann wahrscheinlich immer noch sauviel. Meistens ein Ticken weniger schon, als du eigentlich dachtest, aber es ist immer noch sauviel. Aber das Beste ist, du hast mal einen Überblick und das gibt dir wieder ein Gefühl von Kontrolle. Ein gutes Gefühl, was dich dann auch wieder einfach in die, in die Fähigkeit setzt, wieder auch das Ganze anzugehen. Zweitens, einiges streichen. Du musst nicht und zwar auf gar keinen Fall alles nachholen, was die Leute im Unterricht gemacht haben. Das schaffst du ja auch stundentechnisch gar nicht. Vor allem nicht nebenbei. In den Ferien jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber gerade nebenbei. Sau anstrengend. Sondern, mach dir eine Sache bewusst. Oder zwei Sachen. Erstens, du, meistens reicht es, wenn du einfach nur die komprimierten Hefteinträge durchliest und nicht noch extra die ganzen Buchseiten und die ganzen Texte, die gemacht haben. Sondern einfach nur das Wichtigste, damit du wissenstechnisch wieder auf dem nächsten Stand bist. Und der zweite Punkt noch, es reicht meistens, wenn du, wie soll ich sagen, mal Dinge auch einfach weglässt. Weil, wenn du wirklich länger weg warst, dann gibt es einfach super viele Themen, die kommen gar nicht mehr wieder bis zum Abitur. Du brauchst sie dann, wenn du das Fach im Abi wählst, brauchst du es vielleicht im Abi wieder. Aber dann willst du dir sowieso nochmal alles aufholen. Dann mach das doch gleich da, anstatt das jetzt zu machen. Sprich, überleg dir wirklich, ist auch das Thema, was ich jetzt lerne, noch für die nächsten Stunden überhaupt wichtig? Vielleicht für die Klausur, aber auch bei der Klausur. Dann holst du es lieber danach, wenn du dir sowieso Zeit dafür nimmst. Hauptsache, du nimmst jetzt möglichst viele Dinge raus, damit es einfach möglichst wenig wird. Und sei da auch damit d'accord, mal Dinge auszulassen. Weil, nur dadurch, dass du dich auf das komprimierte Wissen, was die schon über Hefteinträge erarbeitet haben, und es für dich auch okay ist, manche Dinge auszulassen, wirst du diese ganze Stoffmenge, die du nachholen musst, meistens schon so auf 20, 30% reduzieren können. Drittens, Sofortplan. Das bedeutet, dass du dir sofort, im ersten Moment, wo du wieder zurück in die Schule bist und das alles bekommst, dass du sofort dir einen Plan machst, wie holst du das wieder auf. Und dann sofort auch wirklich damit anfängst. Das bedeutet, dass du dir wirklich sagst, okay, je nachdem, wie lange du weg warst, ich will das innerhalb 3 Tagen wieder einholen, ich will das innerhalb 7 Tagen wieder einholen, ich will das innerhalb von 14 Tagen wieder einholen. Wie auch immer, aber mach dir einen strukturierten Plan, nur mit den Sachen, die du wirklich aufholen musst. Zieh die dann so durch und dann bist du eigentlich auch relativ schnell wieder bei. Ist erstmal kacke, wenn das erstmal eine Zeit lang so ist. Aber sobald du das dann hast, hast du eigentlich auch schon wieder gewonnen, weil du wieder back in the game bist. Und es ist fast so, als hättest du nie gefehlt. Und viertens, Lehrer als Freund nutzen. Gerade wenn du dann wieder im Unterricht bist, würde ich dir unbedingt empfehlen, dass du dich sehr stark in die Mitarbeit wieder reinhängst, weil das machen die meisten Leute nicht, weil sie denken, oh, ich kann jetzt noch nicht mitreden. Nein, du sollst genau das Gegenteil tun. Häng dich extrem stark rein und merk dann auch, okay, da verstehe ich gerade was gar nicht. Meld dich, lass dir von deinem Lehrer beantworten. Gerade wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem Lehrer hast, wie du einen guten Ersteindruck beim Lehrer machst, findest du hier rechts oben im I. Wie, gerade dann, gerade dann wird er dir auch helfen. Und das Geile ist dann, du lernst nämlich nicht einfach random alles wieder, wovon du dann 80% sowieso nicht mehr brauchen wirst, sondern du kannst direkt gezielt bei den Dingen nachfragen, die du gerade nicht verstanden hast und bekommst dann auch mal individuell vom Lehrer erklärt und der Stoff geht währenddessen nicht weiter. Das heißt, du hast quasi auf allen Dimensionen gewonnen. Deswegen sei im Unterricht dabei und melde dich immer dann, wenn du irgendwas nicht verstehst. Wenn du das Ganze aufholen willst, ist natürlich die AI-Methode eine super Strategie. Deswegen hier auch hier nochmal die rechts oben im I. Und ansonsten, fünftens, sei mit Lücken okay. Das ist so entscheidend, weil viele, wenn sie dann super viel Stoff nachholen wollen, denken sich, ich muss jetzt alles wieder einholen und es ist so viel und bla 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 und ich schaffe das nicht. Es ist vollkommen okay, wenn du Lücken hast. Weil, erstens, wie vorhin schon gesagt, die meisten Lücken zählen gar nicht mehr. Die sind gar nicht mehr so wichtig. Zweitens, du kannst es vor der Klausur sowieso aufholen oder vor dem Abitur. Das heißt, Lücken sind gar nicht so, es ist gar nicht so schlimm. Es ist gar nicht so schlimm. Deswegen, mach dann auch keine Panik, weil das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass du die ganze Zeit im Mund rissierst. Oh, ich stehe, ich glaube, ich habe es nicht verstanden, weil ich damals krank war. Du verschiebst immer nur darauf, dass du damals krank warst. Es liegt daran, dass du damals krank warst. Du musst einfach nur das, was aktuell gefordert ist, wieder verstehen. Und das kann damit zu tun haben, dass du krank warst. Kann aber auch damit zu tun haben, dass du einfach in der Stunde davor nicht gut aufgepasst hattest. Und deswegen streich das möglichst schnell aus deinem Kopf, diese Story von, oh, ich war da nicht da. Sondern kümmere dich einfach nur immer jetzt darum, was brauche ich aktuell, um wieder mit dabei zu sein. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Wir beide hören uns im nächsten Video.